Ähm, ja. Habe ich mich gerade verklickt. Naja, nicht so wild. Jeder Gang macht schlank. Oh. Und fertig. Nächstes Haus erledigt. Okay. Einmal das Stroh wieder rein. Und dann geht's wieder nach Piastovia. Sachen verkaufen und noch einen neuen fürs Dorf mitbringen. Es müssten... Also mindestens einer müsste jetzt neu sein. Die anderen beiden könnten noch da sein. Es könnte aber auch sein, dass noch ein weiterer jetzt da ist. Also insgesamt vier dort sitzen. Ich könnte aber auch mal nach Ostoria abbiegen. Also hier auf der Karte wäre das dann einmal hier. Äh. Weil da gibt's nämlich auch Leute. die äh... äh... dort auf jemanden warten, der sie abholt. Zum anderen könnte ich dann auch noch mal ein bisschen Holz fällen. Hm. So laufe ich jetzt richtig? Ja. Immer in Richtung des E's. Dann komme ich genau dort an, wo ich hin will. Oder ich folge dem Pfad. Weil hier in der Nähe dort hausen nämlich Bisons. Und die mögen es auch gar nicht, wenn man ihnen zu nahe kommt. Die sind leicht passiv-aggressiv. Sag ich mal so. Die können einem auch ordentlich wehtun. die sind richtig wie so eine Dampframme. Oder wie man mit Bud Spencer es auch sagen würde, der Dampfhammer. Oh, hier gibt's wieder Wölfe. Na gut, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich sehe jetzt auf jeden Fall keinen Isilgrim. Aber ich höre ihn. Wo bist du? Wo ist er? Ach, da kommt das nicht zu. Hallo? Wollt ihr mich hinterrücks etwa? Unglaublich. Und mein Kupfermesser ist kaputt, aber ich habe noch eins dabei. Und ich habe noch ein Steinmesser auch noch auf der Acht. Okay. Dann gehen wir mal nach Osthoja. Da gibt's dann auch noch ein paar andere Leutchen. Mal sehen, wie die so drauf sind. Ein bisschen querfeldeingehen, aber vorsichtig. Man kann hier auch sehr schnell stürzen. Und dann liegt man genauso wie vorhin. Und dann liegt da entweder ein Fuchs. Nein, dieses Mal passe ich auf, dass ich ihnen nicht wehtue, weil wenn man sie nicht angreift, dann verteidigen sie sich auch nicht. Das war am Anfang des Spiels auch wirklich ein glückliches Versehen gewesen, dass ich den einen Fuchs da einmal mit dem Hammer über den Kopf gezogen bin. Das war nicht meine Absicht gewesen. Oh, meine Güte, hier sind aber viele. Hä, wer bist du denn? Mordomir! Wer bist du denn? Warum stehst du so gruselig gegen Dobislava? Hallo? So, mal sehen. Wie bist du denn hier drauf? In der Gewinnung bist du gut, im Handel bist du gut. Yanislav? Jagd, Überleben, Handel. Ingrüder? Ingrüder? Was? Ingrüder? Guten Tag. Gesundheit. Äh, Jagen. Okay. Lutgarda. Sie ist nur im Überleben gut. Und Buje. Nasibad. Nasibad. Das ist auch gut. Produktion. Mhm. Äh, Wo kann ich denn noch hier jemanden unterbringen? Einmal im Grabungsschuppen. Im Grabungsschuppen. Das heißt, äh, Überleben. Nasibad. Schöner Name. Äh, Gewinnung ist das dann. Es ist Gewinnung. Nö. Du warst das auch nicht. Dobislava? Warst du das? Ah ja. Hallo, da. So, dann bist du nicht mehr so im Nacken von diesem Mordor mir. Mordor mir. Das hört sich schon wieder an. Äh, genau. Grabungsschuppen. Auf geht's. Zack. haben wir noch jemanden, der uns mehr Steine und mehr... Moment, gucken wir mal gerade. Grabungsschuppen. Bopp. Stein, Kalk, Stein und Stroh. Wir könnten doch mal jetzt langsam jemanden auch holen, der, ähm, Ton holt, ne? Moment. Moment. Zuweisung. Ton, 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 Ton. Wir könnten aber auch uns ein bisschen jetzt auf Kupfer mal konzentrieren. Erstens, Kupfer können wir gut verkaufen. Bringt gut Geld ein. Zum anderen könnte man dadurch schon mal auch ein bisschen bessere, äh, Werkzeuge auch herstellen. So. Äh, okay. Na, mal sehen. So. Ähm, Stein, kleines bisschen runter. Dafür, Ton hoch. Im Frühling. Dann im Sommer. Ähm, machen wir das auch so. Aber wir können auch mal ein bisschen gucken. Kupfererz. Zack. Im Herbst. Ja. Und hier auch noch mal, dass hier die Kamera eingefroren war und auch mein Mikrofon nicht übertragen hatte. Hier hatte ich jetzt noch mal die Einstellung in den Grabungsstuppen fertig gemacht für die jeweiligen Jahreszeiten. Immer so ein bisschen unterschiedlich. Ähm, jetzt im Nachhinein betrachtet bin ich noch nicht so ganz sicher, ob ich es jetzt so behalten möchte oder ob ich es eventuell doch nochmal umändern werde. Das, da bin ich mir noch nicht zu 100% sicher, aber, äh, ja, mal sehen. So. Ähm, als nächstes bin ich hier ins Dorf hineingegangen von Ostoria, weil ich nämlich dieses Ausrufezeichen gesehen habe. Und Ausrufezeichen bedeuten ja immer erst mal eine Quest. Und den Inhaber der Quest, den habe ich erst einmal gesucht. Das war dieses kleine Mädchen hier, die Svibora. Wie geht's? Kann ich dir bei etwas helfen? Er ist verloren. Er ist verloren. Wer ist verloren? Mein wundervoller Ring. Ich meine also, nicht ganz meiner. Was meinst du mit nicht ganz deiner? Er gehört meiner Mutter, aber er ist ein Familienerbstück, also wird er mir gehören, irgendwann. Lass mich raten, du konntest es nicht erwarten? Ich wollte ihn nur anprobieren. Und Mama und sie trägt ihn eigentlich doch sowieso nie, weil sie sich in Luft auflösen will. Ich meine, sie will nicht, dass er sich in Luft auflöst. Meine Großmutter, oder Ur-Ur-Großmutter, muss sehr dicke Finger gehabt haben, weil er rutscht, also die ganze Zeit. Und ich habe schon da ein bisschen gestutzt, so, hä? Wieso? Rutschen und Finger und Luft auflösen und so weit und so fort. Die Auflösung kommt nachher. Weiß deine Mutter, dass du ihn dir ausgeliehen hast? Nicht, nicht wirklich. Okay. Warum wundert mich das nicht? Du hättest es dir sagen sollen? Ich verstehe das vollkommen. Ich habe mir das gewählt. Und also, es gibt ein paar Möglichkeiten, wo er sein könnte. Ja. Zuerst habe ich ihn Radomila gezeigt, weil sie, also, sie ist meine beste Freundin. Naja, sie ist die einzige, die ungefähr in meinem Alter ist. Abgesehen von Buzi Boy. Da musste ich mich sehr über den Namen Buzi Boy abwörmeln. Aber ich musste schon sehr verzweifelt sein, um was mit ihm zu machen. Buzi Boy ist mit ihm nicht egal. Können wir beim Thema bleiben. Ich werde auch keine Zeit mit ihm verbringen wollen. Also, sag mir, was du weiter getan hast. Buzi Boy war so ein Name, so, wer nennt sein Kind Buzi Boy? Ja, sicher. Und da fiel mir erstmal der Tippfehler auf. Und dann habe ich geguckt. Oh, Kamera eingefroren. Und oh, mein Mikrofon ist kaputt. Also, hat nicht mehr ausgeschlagen. Und da musste ich, das Ganze erst einmal ein wenig fixen. Und hier geht es dann auch gleich weiter. Entschuldigung für die zweite Aufnahme. Test, Test. Ah, Momentchen. Ähm, ja, irgendwas hatte gerade mit meinem Mikrofon nicht gestimmt. Ich hoffe, dass das jetzt nicht die ganze Zeit so war. Ansonsten muss ich nachvertonen. Verdammt! Äh, hallo, meine Lieben. Äh, ich weiß nicht, was gerade los war. Erstens, meine Kamera ist eingefroren. Zweitens, mein Mikrofon war auf einmal weg. Das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Äh, tut mir wirklich sehr, tut mir wirklich sehr, 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 sehr leid. diese Aufnahme hier gerade ein paar Probleme gibt. Ja, wir waren hier gerade bei der Spivora. Stehen geblieben. So, jetzt. Ach du meine Güte. Also nochmal, wir waren hier gerade, als mir das Ganze aufgefallen ist. Gut, also nochmal. Ich wollte gerade sagen, ja sicher, hier ist nämlich ein Tippfehler und da ist mir das gerade hier mit der Kamera aufgefallen. Ja, also wir und mit wir meine ich natürlich mich und Radomila, nicht Duziboy. Wir sind zu Schwimmen gegangen. Aber ich habe den Ring nicht mit ins Wasser genommen. Da bin ich ganz sicher. Ich könnte ihn aber am Opa gelassen haben. Unser Lieblingsplatz ist bei dieser kleinen Brücke gegenüber von unserem Dorf. Okay. Ich wollte meinen Bruder Milovit auch irgendwo etwas von dann wollte mein Bruder Milovit auch irgendetwas von mir. Dieser anstrengende Halbling. Okay. Ich habe so eine Ahnung, wohin diese Wohin diese Quest führt. Erst sie will nicht unsichtbar werden, dann dieser anstrengende Halbling. Okay, das ist verdrückt. Will mich immer um sich haben. Ich kümmere mich um meine eigenen Angelegenheiten. Und dann also dann fängt er wieder an mit Borah, Borah, lass uns so tun, als wärst du ein Troll. Borah, ich habe Hunger. Borah, mir ist langweilig. Und dann sage ich nur so, lass mich in Ruhe. Und meine Mutter sagt so, aber Erliebniszeit mit dir zu verbringen. Und ich bin beschäftigt. Ach, manchmal fühle ich mich wie eine zweite Mutter. Wo ist das eigentlich immer mit jüngeren Geschwistern? Reden alle Mädchen in diesem Alter so viel? Ich denke schon. Egal. Jedenfalls haben wir zu Hause gespielt. Oh, und dann hat Mama mir gesagt, ich soll Fische ausnehmen. Also könnte ich ihn da verloren haben, weil also ich habe ja nichts sonst zu tun. Lehrmädchen sein, mit Milovic spielen und Fische ausnehmen. Also wirklich, oder? Ich habe überall vergeblich nach ihm gesucht, aber ich habe von diesem Kerl gehörte Ringe sammelt. Jetzt verstehe ich den Namen Mordomir. Ich glaube, sein Name ist Mordomir. Vielleicht hat er einen ähnlichen Ring, aber ich weiß nicht, wie teuer der sein könnte. Und wie sieht dieser Ring aus? Was für einem Material ist er? Ist er mit irgendwelchen Edelsteinen besetzt? Es ist ein Goldring. Kleine Steine, nur ein paar eingravierte Punkte und geschwungene Linien. Oh Gott. Es ist wirklich eine Herr-der-Ringe-Quest hier. Oh Gott. Wie cool ist das denn? Oh Gott. Meine Mutter würde einen Unterschied in der Gravur gar nicht bemerken. Da bin ich sicher. Ziemlich sicher. Fast sicher. In Ordnung. Ich werde nach ihm suchen. Oder mich mit diesem Mord Mordor mir unterhalten. Einen ringdichten Knechten. Oh wow. Oh wow. Das ist doch unglaublich. Echt jetzt? So eine Quest hier? In Miniver Dynasty? Ja gut. Irgendwie machen sie alle immer Anspielungen an auf der Herr der Ringe. Ach schön. So also hier soll irgendwo Pferder Ring sein. Können wir uns denn hier umschauen? Ah guck mal da hier liegt ein alter Ring. Ah ein alter Ring. Äh ging jetzt überraschend schnell. Das war jetzt gerade ja viel zu einfach. Oh Mann. Libora hast du ihn gefunden? Hast du den Schatz also meinen Ring gefunden? Das habe ich. Geh und verwahre ihn sorgfältig. Keine Umwege. Wenn ich dumm wäre, würde ich ihn nicht an den Finger stecken, sondern an einer Kette um den Hals tragen. Vielen Dank. Du bist also du bist total die Beste. Und das ist eigentlich auch gar keine schlechte Idee. Du sagst nur es ist nicht mein Ring. Wie bitte? Während du weckmachst, habe ich ihn gefunden. Oh wow. Oh wow. Sag nicht, sie hat ihn in ihrer Tasche. Sag nicht, sie hat die Frau hallo. Wo war er? In meiner Tasche. Ach nee. Ach Mädchen. In deiner Tasche. Willst du mir sagen, er war die ganze Zeit über in deiner Tasche. Die Leute in diesem Dorf verblüffen mich immer wieder. Gut, ich bin das erste Mal hier, aber hey. Die Dinge, nach denen wir am längsten suchen, sind oft die, die wir direkt vor der Nase haben. Ich rede hier mit dem Mädchen. Was geht zu mir vor die Kusche? In deiner Tasche? Naja, wenigstens kannst du den Ring behalten. Danke, aber ich glaube nicht, dass ich dafür deine Erlaubnis brauche. Oh wow, ey. Oh wow. Diese ganzen Handspielungen, ich liebe es. Ich liebe es wirklich. So, ich wollte gerade noch mal die Quest fertig machen hier. Ich mache jetzt ein ganz kleines Aufnahmepäuschen, um zu gucken, ob eventuell was mit der Vertonung hier, also ob die Aufnahme vom Mikrofon mit dabei ist. Ansonsten mache ich gleich auch weiter, wie gesagt, nur, dass ich das Ganze dann halt noch mal neu vertonen muss. Ihr werdet dann eine oder ihr habt, das ist eine Vergangenheit, ihr habt dann zwar eine vor euch versuchen zu reden Julchen da, aber ich muss das Ganze noch mal halt dann nach vertonen. Ist jetzt zwar ein bisschen lästig dann, aber bleibt mir halt nichts anderes übrig. Ich habe keine Lust jetzt, ich kann jetzt halt auch nicht alles nochmal aufnehmen, weil es ja auch Savegames gibt und so. Und das sind jetzt schon anderthalb Stunden, die ich jetzt hier schon wieder aufgenommen habe. Ich hoffe nur, dass irgendwo da, als auch meine Kamera abgeschmiert ist, auch das Mikrofon kurzzeitig rausgegangen ist und dass es dann wieder funktioniert. Nicht, dass das jetzt sehr viel an Zeit war. Ich gucke hier halt nur immer ab und zu mal auf meine Aufnahme von OBS, aber halt nicht ständig. Daher mache ich hier gleich einmal eine kurze Aufnahmepause und dann sehen wir uns auch gleich wieder. Ich gehe jetzt aber erst einmal noch zurück ins Haus. Einmal hier ganz vorsichtig über den rauschenden Wasserfall und dann sind wir auch schon da. Gott sei Dank. Erster Tag vom Sommer ist schon wieder erledigt. Mal sehen. Oh Gott, ich hoffe, dass die Aufnahme nicht ganz kaputt ist, weil die Kamera lief eine Zeit lang. Das habe ich gesehen. Nur hatte ich jetzt nicht genau auf den Ausschlag von meinem Mikrofon geachtet. Naja, wir werden es ja gleich sehen. Erstmal hinlegen. Und damit auch keine Zeit im Spiel vergeht, mache ich natürlich auch im Pause-Menü hier. Mache ich kurz eine Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.